Der Artikel beinhaltet eine ausführliche Darstellung der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft bei Europameisterschaften. Die Schweiz konnte sich zweimal qualifizieren und nahm einmal als automatisch qualifizierter Co-Gastgeber teil und liegt in der ewigen Bestenliste. Auf dem 19. Platz Übersicht Die Turniere An der ersten Fußball-Europameisterschaft 1960, die noch als Europapokal der Nationen ausgetragen wurde, nahm die Schweiz nicht teil. Vier Jahre später wollten dann mehr Mannschaften als 1960 teilnahmen, darunter auch die Schweiz. Daher wurde dem Achtelfinale eine Vorrunde vorgeschaltet. Die Schweiz musste gegen die Niederlande antreten. Am 11. November 1962 bestritt die von Karl Rappern trainierte Schweiz in Amsterdam ihr erstes EM-Qualifikationsspiel. Wobei Charles Hertig mit dem zwischenzeitlichen 1 zu 1 das erste Qualifikationsdorf für die Schweizer gelang. Die Niederländer konnten aber noch zwei Tore nachlegen und mit 3 zu 1 gewinnen. Das 1 zu 1 im Rückspiel vier Monate später reichte dann nicht zum Weiterkommen. Die Niederlande scheiterte dann im Achtelfinale überraschend an Luxemburg. Das im Viertelfinale erst in einem Entscheidungsspiel an Dänemark scheiterte. Für die Fußball-Europameisterschaft 1968 wurden in der Qualifikation erstmals Gruppenspiele angesetzt. Die Schweiz, die nun vom 1938er Weltmeister, dem Italiener Alfredo Foni, trainiert wurde, musste gegen Italien, Rumänien und Zypern antreten. Der Schweiz gelangen zwar hohe Siege gegen Rumänien und Zypern und ein 2 zu 2 gegen Italien. Aber es wurden auch mit 0 zu 4 in Italien und 1 zu 2 in Zypern die beiden letzten Spiele verloren, daher sprang am Ende nur Platz 3 heraus. Italien wurde Gruppensieger, qualifizierte sich dann für die Endrunde, durfte diese ausrichten und wurde auch danklos Glück Europameister. Fones Arbeit als Nationaltrainer endete mit der verpassten Qualifikation. Für die EM-Endrunde 1972 konnte sich die nun von Luis Maurer trainierte Schweiz auch nicht qualifizieren. In einer Gruppe mit Ex-Weltmeister England, Griechenland und Malta lieferten sie sich mit England lange einen Kampf um Platz 1. Verloren aber das Heimspiel gegen die Engländer mit 2 zu 3 und erreichten im Rückspiel nur ein 1 zu 1. Da England dann, das letzte Spiel in Griechenland, gewann, wurden die Briten Gruppensieger, im Viertelfinale scheiterten sie dann aber an Deutschland, das dann bei der Endrunde erstmals den Titel holte. Maurer trat nach dem Aus in der Qualifikation aus seinem laufenden Vertrag trotz positiver Stimmen in der Schweizer Öffentlichkeit zurück. 1976 wurde die Endrunde letztmals mit vier Mannschaften ausgetragen. Die nun von René Hüssi trainierte Schweiz scheiterte wieder bereits in der Gruppenphase, diesmal an der Sowjetunion, Irland und der Türkei. Dabei konnte die Schweiz nur das Heimspiel gegen Irland gewinnen, was letztlich dafür verantwortlich war, dass Irland nur Zweiter hinter der UDSSR wurde. Die Schweiz, der ansonsten nur noch ein 1 zu 1 im Heimspiel gegen die Türkei gelang, wurde Gruppenletzter. Die UDSSR scheiterte dann im Viertelfinale am späteren Europameister Tschechoslowakei, der den Titel im Penalty-Schießen gegen Titelverteidiger Deutschland gewann. In der Qualifikation für die Europameisterschaft in Italien, die erstmals mit acht Mannschaften ausgetragen wurde, trafen die Schweizer auf die Niederländer, die 1978 wieder das WM-Finale verloren hatten und seit 1977 ohne Johann Kreuf auskommen mussten. So wie Polen, die DDR und Island. Die von Roger von Lenten trainierten Schweizer konnten nur beide Spiele gegen Island gewinnen, das auch alle anderen Spiele verlor. Und wurde wieder nur Vierter. Nach einem 0 zu 3 gegen die Niederlande trat von Lenten zurück, seinem Nachfolger Leon Walker gelang es aber nicht, das Blatt zu wenden. Gruppensieger Niederlande fuhr zu EM, scheiterte dort aber am späteren Europameister Deutschland. In der Qualifikation vier Jahre später traf die nun von Paul Wolfisberg trainierte Schweiz auf Vize-Europameister Belgien. Die DDR sowie Schottland und verlor gleich das erste Spiel in Belgien mit 0 zu 3. Zwar wurde dann nur noch in der DDR verloren. Aber zwei Römi und zwei Siege reichten nur zum zweiten Platz. Belgien war damit für die EM-Endrunde qualifiziert, in Frankreich schienen sie aber bereits in der Gruppenphase aus. Gegner in der Qualifikation für die EM 1988 waren erneut Italien, Portugal, Schweden und Malta. Die Schweiz wurde nun von Daniel Gindupö trainiert. Wieder verloren die Schweizer das erste Spiel, diesmal in Schweden mit 0 zu 2. Kamen dann gegen Portugal nur zu einem 1 zu 1 und verloren in Italien mit 2 zu 3. Damit hatten sie die Qualifikation bereits verpasst. Denn am Ende hatten sie als Vierter sechs Punkte weniger als Italien. Italien erreichte dann bei der Endrunde das Halbfinale, verlor dieses aber gegen die UdSSR. Gindupö blieb zunächst im Amt. Nach der verpassten Qualifikation für die WM 1990 übernahm dann Uli Stilicke das Amt, für den es die erste Trainerstation war. Die Qualifikation für die EM 1992 brachte dann auch noch nicht den ersehnten Erfolg. Gegen Schottland, Rumänien, Bulgarien und San Marino, das erstmals teilnahm und alle Spiele verlor, gab es in dieser ausgeglichenen Gruppe einen lange offenen Kampf um das EM-Ticket. Die Schweiz verpasste dieses dann letztendlich durch ein 0 zu 1 in Rumänien am letzten Spieltag, womit beide punktgleich waren, aber einen Punkt weniger als die Schotten hatten. Diese waren damit erstmals qualifiziert, scheiterten aber bei der Endrunde in der Gruppenphase. Mit der verpassten Qualifikation endete die Amtszeit von Stilicke. Sein Nachfolger wurde der Engländer Roy Hoschsen, der die Schweiz 28 Jahre nach der letzten WM-Teilnahme zur WM 1994 führte. EM 1996 Für die EM 1996, die erstmals mit 16 Mannschaften ausgetragen wurde, konnte sich dann auch die Schweiz erstmals qualifizieren. In einer Gruppe mit der Türkei, Schweden, Ungarn und Irland belegten sie am Ende Platz 1, den sie sich durch ein 3 zu 0 gegen Ungarn im letzten Spiel sicherten. Die Türkei qualifizierte sich als drittbester Gruppenzweiter ebenfalls erstmals für die EM. Nach der erfolgreichen Qualifikation wechselte Hoschsen als Trainer zu Inter Mailand, sein Nachfolger wurde der Portugiese Arthur-Jorge. Bei der EM durften die Schweizer das Eröffnungsspiel gegen Gastgeber England bestreiten und sicherten sich durch einen von Kubilay-Türkei-Monts, verwandelten Handelfmeter den ersten Punkt in einem EM-Spiel. Dies blieb aber der einzige Punkt und das einzige Tor, denn die bedenenden Gruppenspiele gegen die Niederlande und Schottland wurden mit 0 zu 2 bzw. 0 zu 1 verloren. Als Gruppenletzter verabschiedete sich die Schweiz dann für acht Jahre von der EM-Bühne und die Amtszeit von Jorge endete. Nach der verpassten Qualifikation für die WM 1998 hatte Gilbert Gress das Amt des Nationaltrainers von Rolf Ringer übernommen. Für die EM 2000 musste sich die Schweiz in einer Gruppe mit Italien, Dänemark, Wallis und Weißrussland qualifizieren. Während die beiden Letztgenannten nichts mit dem Ausgang zu tun hatten, lieferten sich die drei Erstgenannten lange einen offenen Kampf. Diesen entschied im letzten Spiel Italien mit einem 0 zu 0 in Weißrussland zu seinen Gunsten, wodurch die Italiener einen Punkt mehr hatten als die punktgleichen Dänen und Schweizer. Die Verlängerung des Vertrages von Gress scheiterte dann an Gress' Lohnforderung. Dänemark nutzte dann die Playoff-Spiele gegen Israel, um sich ebenfalls zu qualifizieren. Bei der Endrunde erreichte Italien dann zum zweiten Mal das Finale, verlor dies aber gegen Weltmeister Frankreich durch ein Golden Goal. Dänemark scheiterte in der Gruppenphase. Die Qualifikation für die EM 2004 verlief dann wieder erfolgreich. Im August 2001 hatte das Schweizer Fußballidol Jakob Köbi Kuhn das Amt des Nationaltrainers übernommen. Nachdem es dem Argentinien in Zotrosserun nicht gelungen war, die Schweiz zur WM 2002 zu führen. In einer Gruppe mit Russland, die Irland, Albanien und Georgien hatten die Schweizer am Ende einen Punkt mehr als Russland, den sie sich durch ein 2 zu 0 im letzten Spiel gegen Irland sicherten. Russland setzte sich dann aber in den Playoffs der Gruppen 2. gegen Wales durch und fuhr ebenfalls zur EM. In Portugal trafen die Schweizer im ersten Gruppenspiel auf Kroatien und erreichten mit dem 0 zu 0 den einzigen Punkt. Wobei sie 40 Minuten in Unterzahl spielten, denn gegen England und Titelverteidiger Frankreich folgten 0 zu 3 bzw. 1 zu 3 Niederlagen gegen England, auch wieder 30 Minuten lang in Unterzahl. Dabei wurde Johann von Lenten im Spiel gegen Frankreich mit 18 Jahren und 141 Tagen jüngster EM-Torschütze. Als Gruppenletzter fuhr die Schweiz nach Hause, konnte aber schon für die nächste EM planen. EM 2008 nach den vergeblichen Versuchen, die Zusage für die alleinige EM-Ausrichtung und zusammen mit Ungarn zu erhalten, hatte sich Österreich für die Bewerbung um die EM 2008 mit der Schweiz zusammengetan und gemeinsam hatten sie Erfolg. Am 12. Dezember 2002 erhielten sie den Zuschlag für die Austragung der Europameisterschaft 2008. Damit mussten sich beide nicht für die EM qualifizieren, wodurch Österreich erstmals und die Schweiz zum dritten Mal startberechtigt war. Die Schweiz hatte sich auch 2006 für die WM qualifiziert und war dort im Achtelfinale unglücklich durch Penalty-Schießen ausgeschieden. Nach der EM nutzte sie die Zeit bis zur EM-Endrunde für Testspiele, in denen neun Siege unter anderem gegen die Niederlande bei einem Römi und neun Niederlagen gelang. Bei der Endrunde wurden die Schweiz, Österreich, Titelverteidiger Griechenland und die Niederlande als Mannschaft mit dem besten UEFA-Koeffizienten als Gruppenköpfe gesetzt und die Schweiz gezielt der Gruppe zugeordnet. Die in Basel spielte, zugelust wurden Tschechien, die Türkei und Portugal. Im Eröffnungsspiel gegen Tschechien verloren sie nicht nur mit 0 zu 1, sondern auch Mannschaftskapitän Alexander Frey, der sich kurz vor der Halbzeitpause einen Inbandabriss am Knie zuzog und damit für die restliche EM ausfiel. Im zweiten Spiel gegen die Türkei brachte Hakan Yakin die Schweizer zwar mit 1 zu 0 in Führung. Den Türken gelang aber in der zweiten Halbzeit zunächst der Ausgleich und dann in der Nachspielzeit noch der Siegtreffer. Im letzten Spiel gegen bereits für das Viertelfinale qualifizierte Portugiesen, die einige Stammspieler schonten und fünf zuvor nicht eingesetzte Spieler aufboten, gelang dann in einem harten Spiel mit je vier gelben Karten für beide Mannschaften der erste Sieg in einem EM-Spiel. Dabei erzielte Hakan Yakin beide Tore, womit er mit insgesamt drei Toren bester EM-Torschütze der Schweiz ist und zusammen mit drei anderen Spielern zweitbester Torschütze des Turniers war. Mit dem EM ausendete die Amtszeit von Jakob Kuhn. Sein Nachfolger wurde Ottmar Hitzfeld, der die Schweiz zur WM 2010 führte, die dort als einzige Mannschaft den späteren Weltmeister Spanien schlagen konnte, aber in der Vorrunde ausschied. In der Qualifikation für die EM 2012 traf die Schweiz wieder mal auf England, zu dem Montenegro, Valis und Bulgarien. Die Schweiz startete mit einer 1 zu 3 Heimniederlage gegen England und einem 0 zu 1 in Montenegro und hatte damit am Ende sieben Punkte weniger als Gruppensieger England, womit nur der dritte Platz heraussprang. Montenegro scheiterte als Gruppenzweiter an Tschechien und war damit ebenfalls nicht qualifiziert. An der EM nehmen erstmals 24 Mannschaften teil. Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen, die am 23. Februar 2014 erfolgte, waren die Schweizer in Topf 2 gesetzt. Die Schweiz wurde in Gruppe I mit England gelost. Aus den anderen Töpfen wurden zugelost Slowenien, Estland, Litauen und San Marino. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde. Sollte die drittplatzierte Mannschaft bester Gruppen Dritter sein, ist sie ebenfalls direkt qualifiziert. Die übrigen Gruppen Dritten spielen in Playoffs vier weitere Teilnehmer aus. Nach der WM 2014 hatte der in Sarajevo geborene Wladimir Petkovic das Amt des zurückgetretenen Ort Mahitzfeld übernommen. Die Schweizer begannen die Qualifikation mit einer 0 zu 2 Heimniederlage gegen England und einem 0 zu 1 in Slowenien. Gewannen dann aber vier Spiele und lagen vor den letzten Spielen im Herbst 2015 auf Platz 2. Diesen und damit die direkte Qualifikation festigten. Sie durch ein 7 zu 0 gegen San Marino am vorletzten Spieltag. Für die Gruppenauslosung am 12. Dezember 2015 war die Schweiz aufgrund des UEFA-Koeffizienten Topf 2 zugeordnet und konnte daher bereits in der Gruppenphase auf Gastgeber Frankreich. Titelverteidiger Spanien oder Weltmeister Deutschland, aber nicht die Nachbarn Italien und Österreich treffen, die ebenfalls in Topf 2 waren. Die Schweiz wurde der Gruppe mit Frankreich zugelost, gegen das im letzten Gruppenspiel ein torloses Remis zum zweiten Platz reichte. Weitere Gruppengegner waren Albanien, gegen das das Auftaktspiel mit 1 zu 0 gewonnen wurde und die Rumänen, von denen man sich mit einem 1 zu 1 trennte. Spieler mit den meisten Einsätzen bei Europameisterschaften. Spieler mit den meisten Toren bei Europameisterschaften. Stand. Bei Europameisterschaften gesperrte Spieler. 1996 erhielt Marco Grassi im zweiten Gruppenspiel die zweite gelbe Karte und war für das letzte Gruppenspiel gegen Schottland gesperrt. Indem Johann Vogel ebenfalls die zweite gelbe Karte erhielt, die aber keine Wirkung hatte, weil die Schweiz ausschied. 2004 erhielt Johann Vogel im ersten Gruppenspiel die gelb-rote Karte und war im zweiten Gruppenspiel gesperrt. In diesem erhielt Bernd Haas ebenfalls eine gelb-rote Karte und war für das letzte Gruppenspiel gesperrt. Die zweite gelbe Karte für Benjamin Vogel hatte dann keine Wirkung, da die Schweiz ausschied. 2008 erhielten Johann von Lenten und Tranquilo Barnetta im letzten Gruppenspiel die zweite gelbe Karte, die aber aufgrund des Schweizer Ausscheidens keinen Effekt hatte. Anteil der im Ausland spielenden Spieler im EM-Kader. Legionäre stellten im ersten EM-Kader noch die Minderheit, bei den beiden folgenden aber das größte Kontingent. Stand 19. Juni 2016 Rekorde Jüngster EM-Torschütze Johann von Lenten, geboren am 1. Februar 1986 im Spiel Schweiz-Frankreich bei der EM 2004 mit 18 Jahren und 141 Tagen. Negativ-Rekorde Die längste Durststrecke bis zum ersten Sieg bei Europameisterschaften hatten die Schweiz und Rumänien mit acht Spielen. Im letzten Gruppenspiel der EM 2000 gegen England konnte Rumänien erstmals ein EM-Spiel gewinnen und sich damit sogar für das Viertelfinale qualifizieren. Die Schweiz gewann erstmals 2008 ein EM-Spiel im letzten, für beide Mannschaften, für die Platzierung unbedeutenden Spiel gegen Portugal. Die Schweiz gehört zu den fünf Gastgebern, die in der Gruppenphase ausschieden. Belgien 2000, Schweiz und Österreich 2008, Polen und Ukraine 2012. In allen Fällen waren es Co-Gastgeber. Punkt. Spiele. Die Schweizer bestritten bisher zwölf EM-Spiele, davon wurden nur zwei gewonnen, sechs verloren und vier endeten Remis. Kein Spiele musste verlängert werden. Die Schweizer nahmen zweimal am Eröffnungsspiel der EM teil, einmal gegen den und einmal als Gastgeber. Sie spielten einmal gegen den Titelverteidiger, aber nie gegen den späteren Europameister. Keines der bisherigen Spiele bedeutete die höchste Niederlage oder den höchsten Sieg gegen diese Länder.